So, da bin ich gerade erst wieder zurückgekommen, macht mein PC an, starte gemütlich Fortnite und was ist da? Der Moritz hat wieder zugeschlagen, aka Barbossa. Erstmal auch an dich natürlich wie immer, vielen, vielen Dank. Und denk dran, guckt gerne in der Videobeschreibung nach, lasst gerne ein Abo da oder ein Like auf irgendein Video von seinem Kanal. Gebt einfach so ein bisschen Support wieder, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Wir gucken jetzt erstmal was drin ist in dem schönen Geschenk. In 3, 2, 1, zack. Ah, danke, danke, danke. Ehrenmann. Wundert euch nicht, warum ich den Skin hier habe. Ich habe da so eine Idee. Also, weil ich sag ganz ehrlich, ganz langsam fängt Fortnite an, ich sag mal vom Level ein bisschen langweiliger zu werden. Und ich hatte dann vielleicht vor, endlich mal meine Serie zu starten, nämlich mit jedem Skin einen Solo-Sieg zu holen. Darüber dann lieber noch eine Zusammenfassung, ein bisschen quatschen, aber seid einfach mal gespannt. Aber auf jeden Fall, Moritz, vielen, vielen Dank für das Demode und Grüße gehen natürlich raus. Ihr seht, ich war noch nicht zu Hause, ich darf jetzt meine Tagesaufgaben machen und in dem Sinne euch natürlich viel Spaß beim Leveln und haut rein.